Erklärung. Es ist Antwort C. Der Ballon mit Mehl fliegt höher. Sobald man das Mundstück loslässt, kann Luft unten aus dem Ballon strömen. Diese Luft trägt einen gewissen Impuls, also das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit. Da der Gesamtimpuls enthalten ist und zu Beginn unseres Experimentes Null war, erhält der Luftballon selber einen entgegengerichteten Impuls und fliegt nach oben. Im Ballon mit Mehl strömt ein Luft-Mehl-Gemisch unten aus dem Ballon. Weil Mehl eine deutlich höhere Masse als Luft hat, ist auch der Impuls deutlich größer, sodass der Luftballon auch mit einem größeren Impuls nach oben geschleudert wird und höher fliegt. Nach dem gleichen Prinzip fliegen auch Raketen in den Weltraum. Durch das Verbrennen von Treibstoff werden heiße Gase durch Düsen unten aus den Raketen ausgeleitet. Der so nach unten gerichtete Impuls der Verbrennungsgase wird dadurch kompensiert, dass die Rakete einen Impuls nach oben erhält und vom Boden abhebt. Schaut mal im Internet nach dem Begriff Raketengleichung. Untertitelung des ZDF, 2020